Virasana, der Heldensitz, ist zum einen eine andere Bezeichnung für Vajrasana, ist zum anderen auch eine energieerzeugende Stellung. Nora, Seminarleiterin bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. In der einfachsten Variante ist Virasana einfach nur Fersensitz. Fersensitz als Heldenstellung. Du kannst dabei die Hände auf die Oberschenkel geben oder auch die Hände falten. Du kannst auch die Handrücken auf die Oberschenkel geben und Zeigefinger und Daumen berühren lassen. Diese Stellung ermöglicht er jederzeit aufzuspringen. Deshalb auch Virasana ein Held. Ein Held kann warten, ein Held kann ruhig sein. Er kann aber jederzeit plötzlich oder auch dauerhaft nach etwas streben und sich für eine gute Sache einsetzen. Virasana gibt es auch als Variation mit Füßen neben dem Gesäß, was letztlich dann eine Variation von oder eigentlich eine andere Bezeichnung ist für eine Stellung, die wir auch als Bhikasana bezeichnen, Mandukasana, also Froschstellung. Virasana bei Yoga Vidya ist eine spezielle Stellung, mit der wir ganz besonders die Energien, diese Shumna bringen und wieder nach oben bringen. Virasana, wie wir es bei Yoga Vidya üben, besteht daraus, dass du dich auf eine Ferse setzt, die Ferse also unter den Kandapunkt, und den anderen Oberschenkel über den unteren Oberschenkel geben und wenn es geht, sogar die Ferse zum Gesäßen oder zum Oberschenkel. Du sitzt also auf der Ferse. Dann gibst du, wenn du also den linken Oberschenkel oberhalb des rechten hast, gibst du auch den linken Arm nach oben und nach hinten und den rechten Arm von unten nach oben und du verhackst die Finger. Dabei gibst du den Oberarm hinter den Hinterkopf. In dieser Stellung wird Prana stark aktiviert. Manchmal kann man auch Virasana als energieerzeugende Stellung bezeichnen. Denn Virya ist auch das, was heldenhaft macht und ist Energie. Virya hat auch etwas mit Energie zu tun. Virasana ist also die Stellung des Helden, aber auch die energieerzeugende Stellung. Die Ferse unter dem Muladhara-Chakra aktiviert Muladhara-Chakra. Oberschenkel übereinander helfen, dass die Hüftkreuzbeingelenke auseinandergezogen werden, was Vatishtana-Chakra öffnet. Durch die aufgerichtete Wirbelsäule wird Manipura-Chakra geöffnet, indem du Schultern nach hinten gibst, öffnet sich auch Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule aktiviert, Anahata und Vishuddha-Chakra. Du kannst jetzt noch zum Punkt zwischen Augenbrauen hinschauen, vielleicht auch die Augen schließen. So aktivierst du Agnya-Chakra und kannst deine Aufmerksamkeit auf den Scheitel richten und damit Sahasrara-Chakra aktivieren. Und so ist Virasana eine Stellung, die alle Chakras öffnet und so auch eine gute Vorübung für die Meditation ist. Wir üben Virasana in dieser Variation bei Yoga Vidya gerne am Ende des sitzenden Zyklus nach den Vorwärtsbeugen, eventuell statt oder auch vor oder nach pure Votanasana, also der schiefen Ebene. Und es ist gut, danach zwei, drei Minuten in die Meditation zu kommen. Wenn wir schon alle Chakras aktiviert haben, können wir es ausnutzen für einen Moment Meditation. Wenn du magst, kannst du jetzt noch die andere Seite üben und dann zwei, drei Minuten meditieren. Viel Inspiration dafür wünschen Nora, Eduard hinter der Kamera und zucke dir von www.yoga-vidya.de und dann zwei, drei Minuten im Moment, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.